Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen zu der Geek Talk Daily 255. Heute ist der 27. November 2017, Montag, somit Wochenstart. Und ich habe ein paar kleine wenige Themen für euch mit dabei. Zum einen ist es Tesla und ein bisschen Preis. Imgur wurde ein bisschen gehackt. Kunap, Fototagger, Samsung TV und Amazon, Bitcoin und der Microsoft Launcher. Ja, beginnen wir doch gleich mal in der vor schon aufgezählten Reihenfolge. Gestartet wird mit Tesla. Tesla hat ja vor circa ein, zwei Wochen, ist es mittlerweile her, einen Truck vorgestellt. Und dazu gibt es jetzt endlich auch Preise. Die liegen zwischen 150.000 und 180.000. Sprich ein Truck, es sind ja zwei Trucks, den kleineren und den grösseren. Es gibt aber auch die Founder Series, wie es immer so schön gibt bei Tesla. Da geht es dann schon in Richtung 200.000. Mal schauen, wenn es dann soweit ist. Es soll ja ab 2019 soweit sein. Es gibt ja durchaus kritische Themen, was das anbelangt. Aber die gibt es ja bei Tesla immer, weil ja, seine Angaben und Vorgaben natürlich immer relativ vorlaut und extrem sind. Na dann. Imgur wurde gehackt. Und schon im Jahre 2014, also nicht jetzt gerade, sondern eben im 2014, wenn ihr seither immer noch das gleiche Passwort verwendet, solltet ihr spätestens jetzt das Passwort ändern. Und das sollte euch eigentlich als Anlass dienen, das sowieso regelmässig. Und wenn ihr das nicht tut, vielleicht jetzt einmalig bei allen anderen Diensten auch mal zu tun. So Passwortändertag. Den mache ich alle ein bis zwei Monate. Das ist sicherlich nicht das Doofste. Dabei wurden E-Mail-Adresse und Passwörter geklaut. Diese sind zwar verschlüsselt, aber ja, könnte sauberer sein. Sprich eben, ändert eure Passwörter fleissig. Bei QNAP, oder wie gesagt, von QNAP wurde eine App veröffentlicht. Diesmal nicht ein NAS-System neues oder was auch immer, sondern eben eine App für iOS. Die Photo-Tagger-App, die erlaubt es euch, Bilder, die ihr auf eurem Smartphone habt, mit speziellen Tags zu versehen. Das, um sie nachher besser zu finden. Das gleiche geht auch mit Videos. Da kann man sich viel Arbeit damit machen. Hat den grossen Vorteil, dass die Tags dann gleich in die Metadaten des Fotos hinterlegt werden. Wenn ihr später die Fotos automatisch oder manuell auf eurem NAS von QNAP hinterlegt, habt ihr da nachher natürlich dann auch das Einfachere suchen. Somit, wer fleissig auf dem Smartphone vorarbeitet, hat es nachher später zu Hause auf dem NAS deutlich einfacher. Bei Samsung baut man ein bisschen aus. Nämlich, alle Fernseher, die ab 2015 ausgeliefert wurden, in den Ländern Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien sowie Großbritannien, bekommen eine Erweiterung. Ihr könnt ab sofort auf Amazon Music zugreifen. Nächsten sollte dann über den Smartphone auch das Unlimited Abo oder die Amazon Music Unlimited, jetzt ist gegangen, sowie eben das normale Prime Musical nachgereicht werden und dann könnt ihr direkt auf dem Fernseher die ganze Musik genießen, sofern ihr Kunde dieses Dienstes seid. Der Bitcoin, die Bitcoin, wie heißt das, keine Ahnung, auf jeden Fall, der ist ganz stark am steigen, das hatten wir ja immer wieder mal auch in den Newsfolgen vom Geek Talk Daily oder eben nicht Daily, vom großen Mutterpodcast, dem Geek Talk News. Mittlerweile ist es soweit, dass die 9000er Marke durchbrochen wurde und es geht steil in Richtung 10.000 zu. Kritische Stimmen kommen aber auch auf und das nicht zu Unrecht, denke ich auch, dass es halt auch in die andere Richtung gehen könnte. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und wer weiß, vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal noch meinen ersten Bitcoin zu kaufen oder 2, 3 oder was auch immer. Habt ihr Erfahrung mit Bitcoin? Lass es uns doch mal über Social Media oder über die Kommentare wissen. Das wäre auch mal was für Sonderfolge oder sowas im Geek Talk. Aber ja, gehen wir zum nächsten und auch schon letzten Thema über. Mein favoritisierter Launcher auf Android, der einzige, den ich einsetze, ist der Microsoft Launcher, früher Arrow. Der hat ein Update bekommen, ein paar Kleinigkeiten. Man kann jetzt Einstellungen von anderen Launchern übernehmen, also importieren besser gesagt. Und ganz wichtig für die fleissigen App-Nutzer, das App Grid, also die Aufteilung der Apps auf einem Screen, kann man jetzt auf 12 mal 12 Felder hochschrauben. Somit hat einiges mehr Platz und somit, ja, braucht man weniger Homescreens nachher. Es sind noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber eben, man sieht, Microsoft arbeitet aktuell sehr stark an dem Launcher. Denn, ja, das eigene Smartphone-Geschäft hat ja leider nicht so funktioniert. Deshalb muss man das möglichst gut auf ein anderer System integrieren. Und bei Android ist das sowas mit einem Launcher sehr gut möglich. Wer es noch nicht ausprobiert hat, schaut euch den Launcher mal an. Macht vor allem dann Sinn, wenn ihr unter anderem Office und ähnliche Dienste von Microsoft nutzt. Denn das bringt das richtige Feeling dann auf euer Android-Smartphone. In diesem Sinne, das waren die Neuigkeiten, die ich euch für diese Woche zusammengetragen habe. Auf diese Woche, die ich für den heutigen Montag zusammengetragen habe. Morgen komme ich wieder mit ein paar weiteren News. Ihr dürft euch freuen, euch schon mal einen schönen Tag und vor allem einen ganzen erfolgreichen Tag mit einem guten Start in eine neue, tolle Woche. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.